Den Stein-Siegel haben wir bereits gezeichnet und heute kommt der End-Stein-Siegel dran. Dafür gehen wir in Assets, Minecraft, Textures und Blocks und jetzt gucken wir erstmal nach Brick oder Stone. Hier haben wir Stone, ne, doch hier haben wir Stone, Brick und den öffne ich jetzt einfach mal mit Paint.net und wir wollen natürlich nicht den Stone-Brick zeichnen, sondern den End-Stein-Siegel. Das heißt, wir gehen einfach mal auf End, da öffne ich gleich mal den End-Stein wegen den Farben und den End-Stein-Siegel. So, das sind die Farben und das wollen wir jetzt eben ändern. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal Straight Outer Compton das hier rüber kopieren und im Prinzip jetzt nur die Farben ändern. Also ich, ja, ich fange einfach mal mit dem Dunklen hier an, denn es gibt ja hier dunkle Farben und es gibt helle Farben und ich würde sagen, dass das hier die dunkler wird und die wird dann einfach hier positioniert. So, und mal sehen, ob das nicht vielleicht sogar zu hell ist, aber das können wir dann später immer noch ändern. Ich werde es jetzt einfach mal umfärben und wir brauchen ja dann noch Vignetten hier in der Mitte, das müssen wir dann alles noch machen, also es ist doch nicht zu einfach und dann brauchen wir das in der Mitte noch und eben eine helle Farbe. Jetzt ist die Frage, ob wir in der Mitte die Farbe nehmen, aber ich denke schon, dass wir die nehmen und als helle dann irgendwie die zum Beispiel, aber ich nehme mal die und die kommt dann eben hier rein. So, das ist jetzt, könnte ich natürlich irgendwie einen Pinsel nehmen, aber ich mache es einfach so schnell. So, dann hier noch und eben die Felder hier unten und im Prinzip könnte ich doch eigentlich, damit es schneller geht, das hier kopieren und hier rüber schieben. So, aber natürlich fehlt dann hier noch die Farbe. Okay, das sieht ganz gut aus und jetzt brauchen wir noch eine ganz helle Farbe und die wird diese sein. Wenn die nicht sogar vielleicht, ja doch, das passt. Und ich glaube, dass wir die dunkle Farbe, die wir verwendet haben, jetzt doch noch ein bisschen heller machen, weil das schon ein krasser Unterschied ist. Ich nehme jetzt mal die Farbe hier und die wird heller gemacht. Ungefähr auf, gehen wir mal auf 86, ich glaube, das ist noch zu, ja das ist einfach dieselbe Farbe. Passt dieselbe Farbe, 91, kommt schon hin. Gehen wir mal auf 92, ja, ich denke mal, dass das okay ist. Ist eigentlich das derselbe Farbwert, okay, das wäre 95 gewesen, aber da ändert sich dann noch ein bisschen was. Ich mache einfach mal das 95 hier, also die Farbe in der Mitte dunkler, sieht das dann besser aus, ist gleich. Okay, ist also genau dieselbe Farbe. Das wollte ich wissen, wie sieht es aus mit 93? Ist dann doch schon zu gering der Unterschied, also da nehme ich schon 92. Und das dann natürlich hier ebenfalls noch und hier noch. Gut, so sieht das jetzt natürlich noch nicht wirklich gut aus und der ist auch wirklich ziemlich grell, muss man sagen. Aber der eigentlich auch, wobei der dann eben noch dunkle Farben drin hat. Können wir da vielleicht was rauszaubern mit Helligkeit und Kontrast, dass wir die Helligkeit ein bisschen niedriger machen. Nicht zu sehr vielleicht minus 5 oder so, minus 8. Macht, machen wir mal auf minus 6. Ja, ich glaube, dass das besser ist als das hier. Ja, sieht schon besser aus, muss man sagen. Und jetzt fehlt natürlich noch die Vignette in der Mitte und dass wir eben hier ein paar mehr Farben einbauen. Das heißt, ich kopiere, nee, ich mag hier einfach mal das Ding hier. Und da haben wir damals beim Steinsiegel, also bei dem hier, ein Effekt angewendet. Da gehen wir mal auf Effekte, Foto und dann Vignette. Und hier haben wir dann eben so ein paar Sachen eingestellt. Also wir werden jetzt erst einmal genau dieselben Einstellungen einstellen, die wir damals beim Steinsiegel verwendet haben und können das dann immer noch ändern. Das heißt, ich tippe das jetzt einfach ab. Minus 0,24 haben wir hier bei der Verschiebung verwendet. Und beim Radius hatten wir 0,69, 96 meine ich. Und hier hatten wir 0,23 bei der Dichte. Also da sind wir ziemlich gering. Das muss auch so sein, denn wir wollen das ja nicht komplett schwarz machen. Und beim Radius habe ich gerade ordentlich verkackt. 0,96. Kann ich das nicht machen, muss ich das jetzt wirklich so machen. So, 96 und 0,23. Okay, der Unterschied ist zu sehen, aber ich glaube, dass die äußere Farbe doch noch zu hell ist. Ich werde jetzt einfach mal OK drücken, können wir dann immer noch rückgängig machen. Wir haben ja das hier gemacht. Ja, ist schon ein krasser Unterschied eigentlich. Also ich denke mal, wir werden das hier entweder noch dunkler machen oder eben das hier in der Mitte nicht so krass dunkel. Ich versuche mal beides oder wir machen das einfach mal hier mit dem Äußeren, dass wir das hier dunkler machen. Das ist halt schon extrem viel dunkler. Wenn nicht sogar dunkler als vorhin noch. Und wenn wir das hier dann heller machen, nochmal viel heller, 97, dann kriegen wir da schon einen komplett anderen Effekt raus. So, das muss natürlich hier ebenfalls sein. Okay, gut, hier haben wir noch einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich hier die Farbe überschrieben. Okay, ja, ich denke mal, das kann man so lassen, wobei ich da mit der Vignette nicht ganz so zufrieden bin. Wir könnten vielleicht bei der mittleren Farbe etwas mehr ins Gelbliche reingehen. Also werde ich jetzt hier mal den R-Wert ein bisschen ändern. Wie würde das denn aussehen? Ist das besser? Denkt mal schon, weil es sieht schon ziemlich grünlich aus. Und hier ist das nicht unbedingt so der Fall. Also hier, wer hat mir nicht so krass den Effekt jetzt vom Grünlichen? Ja, ich glaube, ich mache das. Das heißt, ich werde hier nochmal die mittlere Farbe ändern. Und dann müssen wir natürlich die Vignette jetzt noch nachbessern. So, dann werde ich jetzt einfach das hier. Erstmal hier, so. Und die Farbe werde ich jetzt einfach nochmal rüber kopieren, damit wir einfach die Vignette rückgängig machen. Und nochmal so, genau. Dann markiere ich das hier nochmal. Und wir gehen wieder auf Effekte, Foto, Vignette. Das ist jetzt alles noch eingestellt. Aber wir werden jetzt eben die Dichte nochmal runterstellen. Damit wir nicht so einen dunklen, eine dunkle Vignette bekommen. 0,14 hatten wir. Ja. Das sieht schon viel besser aus. Und das müssen wir natürlich hier jetzt ebenfalls machen. Allerdings mit anderen Einstellungen. Denn hier hatten wir den Radius 1,19. Dann hatten wir hier 0,24. Also da waren wir nicht so krass im Unterschied. Das lassen wir jetzt einfach mal. Und hier waren wir bei 0,29. So, das waren die Einstellungen vom Steinsiegel. Und die werden wir jetzt hier übernehmen. Nur, dass wir die Dichte noch ändern. Und das muss dann... Passt das so? Ja, das passt. Und hier können wir das dann ebenfalls machen. Also Foto, Vignette, okay. Gut, jetzt sind wir aber immer noch nicht fertig. Denn wir wollen noch ein paar verschiedene Farben einbauen. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal die helle Farbe. Hier sind wir, glaube ich, heller geworden. Ich glaube, ich mache es heller. Das heißt, wir stellen hier einfach mal auf 97 statt 96. Passt das so? Nee. 98 ist dann, glaube ich, zu krass. Den Unterschied erkennt man fast gar nicht. 99. Okay, das sieht man. Nehmen wir einfach die Farbe. Und die setzen wir dann überall so ein bisschen hin. Das ist aber schon ziemlich krass. 98 sieht man kaum. Nur sehr leicht. Okay, nehmen wir 98, denn 99 ist dann doch zu auffällig. Ich glaube, bei einem YouTube-Video erkennt man das jetzt fast gar nicht mehr den Unterschied. Und dann setzen wir praktisch die Farbe überall so ein bisschen hin. Das brauchen wir jetzt dann auch fürs Dunkle. Und hier stelle ich einfach mal auf 85. Also da werden wir jetzt dunkler. Das ist zu krass. 86. Ja, passt auch. Ist ein geringer Unterschied, aber ist dann doch vorhanden. So, und dann natürlich hier links ebenfalls noch. Und jetzt, ja, sollten wir fertig werden. Oder sind wir jetzt fertig. Und jetzt gucken wir uns das mal im Spiel an. Das hier war der Steinziegel. Und jetzt haben wir hier eben den Endsteinziegel daraus gezaubert. Und man merkt doch, dass man hier die Farbunterschiede bei dieser Linie und auch bei diesen Linien eben hier doch noch ganz gut erkennen kann. Also passt das alles. Ja, Vignette ist auch noch leicht sichtbar. Und hier ist es ja ebenfalls nur leicht sichtbar. Also das passt dann so. Wie findet ihr die Farbwahl? Ist die für den Endsteinziegel okay? Allgemein, wie findet ihr den Steinziegel oder auch den Endsteinziegel? Das könnt ihr mit einer Bewertung mir in den Kommentaren Bescheid sagen. 1 plus bis 6 minus einfach. In Schulnoten eben. Und 6 minus wäre das schlechteste. Ihr könnt das aktuelle Totalpack wieder downloaden auf der Webseite. Lass noch einen Daumen da. Und dann sage ich tschau. Bis zum nächsten Mal.